hallöchen und willkommen zum viertletzten part von let's play guild wars 2 ja die letzten beiden tage sprich vier tage ist ja kein video gekommen glaube ich oder drei tage ich weiß es nicht gestern hätte es glaube ich kommen sollen ja ich war leider nicht zu hause konnte ich leider nicht aufnehmen aber das ist egal es gibt ja eh nur noch vier parts an dieser scheißegal wann sie kommt schaut ja eh niemand die struktur der welt von innen nach außen gekehrt ja ja eine stufe 15 quest ist das hier hallo ist hier jemand ein lindwurm tötet die inquestur kautische scherben besiegt chaos bestien und entgiftet forscher alles sind das ihr habt der sauber crew geholfen zählt das auch wenn ich den den crew forschern helfe entgiftet forscher das ist wahrscheinlich ja das war überraschend hilfreich ja findest du danke arschloch das habe ich nicht kommen sehen ja ja da hat gar nicht dampf mechataurus was er fach er ist gefangen er ist gefangen er ist gefangen schnell 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 nicht wiederbeleben zerstören so jetzt kannst du wiederbeleben gar nicht mal so schwer die quest bisher ja ja ich weiß hey oh mein gott okay du willst es also so haben problem problem oh my god der flasht schon rein der der flasht schon rein uiuiui not bad chaos scherbe uh oh uh oh okay und no falsche seite okay geht auch geht auch so da war doch noch ein lindwurm der ist weg gut dann noch mehr freie bahn für die crew forscherin ja hoppla komm hier rein komm und nach hinten und nochmal so eine schöne fontäne weil es so schön war come on oh god oh my god oh my god i'm dying geht immer gar nicht komm schon komm schon come on come on ja so ist gut so ist gut jawohl wie viel fehlt uns denn noch das habe ich nicht komm ja noch 2900 ep circa die belohnung will ich wenigstens einen streikholpen kann ich zwar nicht gebrauchen aber warum nicht komm schneller 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 das war hilfreich fels flindwurm ich habe eine überraschung für dich erstens das und zweitens das bam ein ei ein ei hey wieso bist du aus der reichweite komm surprise surprise das ganze noch ein bisschen brennen und nach hinten oh hallo erdelementar oh my god hey 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 wieso regeneriert er wieso regeneriert er lebenspunkte boah ich dachte schon jetzt regeneriert er dann seiner vollen lebenspunkte oder was hey crew forscher oh oh okay komm schon ich nehme es mit jedem von euch auf oh oh eine hier eine okay heilen gut 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 weiter so jawoll unterschiedliche tägliche Tötungen uh egal so aha da muss es dann natürlich sein oder komm schon hä come on bam so jetzt können wir ihn endlich mal heilen hier außer da ist was gespawnt ne da ist nichts gespawnt da ist noch eine crew forscherin da können wir ja gleich helfen beim felsen köter ja komm nur no problem bam okay er brennt nicht mehr das müssen wir schnell ändern so gut wir haben die quest auch schon bald fertig nach sechs minuten haben wir ja ja sechs achtel ey wolf warum spawnt hier ein wolf warum komm schon überleb überleb crew forscherin jawohl oh gleich noch einer why not noch mehr unterschiedliche tägliche Tötungen und bum hoppala okay tier elementar ey komm hierher komm hierher komm ach man ja gut solange er mich nicht angreift ist mir auch recht ist mir auch recht bitteschön oh no äh ich bin dann mal weg haben wir hier außen eine Wegmarke ne natürlich nicht ach no geht der fuck away okay das machen wir mal so mit dem meteor schlag und meteor schauer sorry come on treffen treffen jawohl noch mehr unterschiedliche tägliche Tötungen ähm so was ab dann zu bieten 1101 Punkte äh kann ich nichts brauchen ok haben wir hier einen unentdeckten Ausblick ne den haben wir schon entdeckt ähm gut hier drüben ist ein Fertigkeitspunkt das ist irgendein Gruppenevent hier war doch noch eine zweite Quest ah da unten alles klar soll ich zum Fertigkeitspunkt gehen ne wir gehen zu den Michhotel gründen und jetzt noch ein kurzer Schluck Eistee so ok ähm ja es fehlt halt noch ein Level Up damit wir die Quest kurze Lunte machen können äh und natürlich laufe ich in die falsche Richtung das ist natürlich sehr schön du bitte ähm 10 Kraft Zustand 16 Kraft nicht von eurer Klasse verwendbar deine Mutter deine Mutter Wegmar Chemie Schotelgründe da ist ein Kaufmann da können wir ja ja unser Inventar bisschen leeren ausmisten da hier Tortugattel ah ok na gut dann mal Schrott verkaufen und soll ich das verkaufen oder kann ich das meinem Jäger schicken oder Waldläufer oder wie es auch heißt äh ja kommt das alles weg hier den Bogen behalte ich mal äh 11 Silber wow chill baby was ist das gereichhaltige Kupferader hallo hallo ha ha come on come on come on come on raus da raus da raus da jawoll Hilek Klamartini ah jawoll ok das machen wir so wenn es nicht anders geht müssen wir es so lösen ja geht doch sie gehorchen mir schnell so haben wir hier unten noch einen von diesen Gauchos nope haben wir nicht Dschungel Raptor so komme ich da irgendwie nach oben ich muss da nach oben ich denke mal ich hätte da durch gehen müssen äh wir wir schauen einfach mal oder Kachin Kachin Raptor Bezwinger unterschiedliche tägliche tägliche Tötungen ja es geht voran Skrit Wachposten der Ameisenhügel ah da ist ne ah ja das ist ein Event ein Event Veteran Chaos Kreatur für Stufe 14 bin ich der ich bin der Einzige oder ja bin ich ja ok dann komm mal her oder wahrscheinlich greift er mich an jawohl bitteschön aber willst du mir sagen mein Elementar ist schon tot oder was oh my god oh my god jawohl oh oh was hab ich gemacht mal hör auf mich anzugreifen ihr seid besiegt ne jetzt kann ich die ganze Scheiße nochmal laufen alter ah 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 man ah man 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 das ah man alles nochmal laufen ich scheiß jetzt auf den Event und geh zu dieser Wegmarke ist mir so weit egal wer mich alles angreift ich renne einfach zu dieser verschissenen verkackten Wegmarke so blenden mal den Gegner weil sie das lässt das Wasser um euren Gegner kochen schön Wayne kannst du nicht boah der der schwimmt recht schnell ich wollte gerade fahren kannst du nicht schneller schwimmen wenn ich das sie so sehe das ist schon schnell genug für so einen kleinen piepmatz hier zack zack muss da gehen so okidoki und wir sind schon wieder in der höhle und ich muss pissen gehen ich muss pissen gehen ich muss pissen gehen rohes candy corn what is this so verdran chaos kreatur du kannst mich mal und warum rennst du dahin wo ich hin muss das ist ja wieder mal typisch typisch schöner wasserfall wegmarke ameisenhüll okidoki so dann beschweren wir mal den elementar und machen den meteor schauer und er greift mich an oh my god seriously seriously what is this boah du willst mich doch verarschen warum umkämpft wegen dem scheiß event boss aber das gibt's doch nicht das kannst du doch nicht machen das kannst du wirklich nicht machen wir sehen uns morgen wieder und der übermorgen tut mir leid es kackt mich an boah das war ja mal fail so bis übermorgen wenn ich übermorgen kein video hochlade heißt es hier hat ja keine zeit aber ich denke mal dass ich schon zeit habe so ich wünsche euch noch einen schönen tag tschüss